Das Sachbuch Emotionales Erbe von Dr. Gareth Atlas beschäftigt sich mit dem Thema transgenerationaler Traumata und deren Behandlung. Wir verfolgen in jedem Kapitel verschiedene Patientinnen über ihren Therapieverlauf hinweg. Der Fokus liegt auf drei aufeinanderfolgenden Generationen und den dabei auftretenden Zusammenhängen und psychischen Erkrankungen. Dabei verknüpft die Autorin echte Geschichten mit Forschung und Fachwissen. Emotionales Erbe ist zwar ein Sachbuch, aber es ist leicht verständlich und lässt sich auch ohne Vorwissen lesen. So bringt es den LeserInnen nahe, wie familiäre Traumata zu sich immer wieder wiederholenden Mustern führen können und was es braucht, um diese Muster aufzulösen. Dabei erfährt man neben den Fallbeispielen auch einiges über die Vergangenheit der Autorin selbst, die heute als Psychoanalytikerin in New York arbeitet. Schwere Themen wie Kriegserfahrungen, Unfruchtbarkeit oder Suizidalität werden hier mit viel Feinfühligkeit behandelt und das Buch kommt zu dem hoffnungsvollen Schluss, dass Therapie, egal zu welchem Zeitpunkt, zu nachhaltig positiven Veränderungen führen kann.